Und du hast noch dein Schild. Ich fand es nur noch immer. Das hat mich so gewundert in der MSI, dass der Kalista, ich weiß nicht mehr, ich glaub Defts oder so, hat dann einfach so als erstes nicht Hurricanes gebaut, sondern einfach Blutdörster. Ja genau. Hab ich ja nie gesehen. Auf Kalista ist das relativ böse, weil wenn du dann Hurrikan hast, glaub ich... ...so krass. Äh, Leona Q zuerst, oder? Oder E? Wiss ich nicht. Wenn du pushen willst, machst du den Schild, bumm hier, das E... Geh doch da bitte in Watt und dann griffst du los. Äh das W. Sonst nimmst du das Q eigentlich. Oh, sollte nicht in All Shed, egal. Ich nehm's Q. Du hast kein Wort gesetzt, Mike. Hi! Soll ich so baiten? Äh, ne. Jana, die fängt bisschen blue an, oder? Ja, willst du mit Sicherheit? Ich würde dir das hier schädeln. Ich geh gleich runter. Ja, der sollte ja warden, aber jetzt nicht schlimm. Jetzt holen wir uns erstmal deren Red-Poof. Du kannst mit runter, Mike. Entweder ward ich jetzt den Red-Buff oder ich geb First Blood, eins von beidem. Ja, aber wenn du First Blood und wardest, ist es halt Win-Win-Situation. Warte mal, äh, warte, bis ich da bin, dann können wir beide, ähm, sterben. Dann würdest du mir einfach eine Lantern zu. Genau. Ich geh gleich hier runter, nicht wundern. Ich werf dir ein Schild an den Kopf. Oh! Dieser Andrenalin-Rausch. Puh! So, du machst jetzt den Red und dann gehst du zu deinem Blue, wenn das ist. Das würdest du schaffen. Smite den aber nicht direkt, ne? Ja. Mitte. RACE CHECK! RACE CHECK! RACE CHECK! Wenn du genug Hilfe kriegst, nö. RACE CHECK! Das ist ja mega geil. Wir sind ja irgendwie nirgends. Du musst das ja carryen, ne? Wenn ich ohne Clans spiele. Ja, ich versuch's. Clans instant, sobald ich gebeindet werde. Und dann treibst du aber Ruhe. Dann treib ich, äh, Tuck live. Können die Unten töten? Die Anni? Nein, 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 nein. War ein bisschen early. Aber war okay. Ah, Flash of the botlane. Sauber. Ich hätte sie vielleicht erst Exhausten und dann Stunnen sollen. Ja, Exhausten nimmst du eigentlich nicht so als, ähm, aber egal, ne, war okay. War okay. Ich dachte, ich counterte dann drei Stunts mit eigenen CC. Ja. Dreh. Ne, war völlig okay so. Ich muss dazu sagen, ich hab bis jetzt in meinem Leben vielleicht fünfmal Support gespielt, oder so. Insgesamt. Komm aus dem Schrank, ey. Guck doch mal über die Kette an. Inklusive ARAM. Wie lange brauchst du denn da? Luba. Oh, jetzt hätte Ignite, wäre sie tot. Bestimmt, wirst du Cleanse nicht einmal benutzen. Nein! Schade. Nein! Schlecht. Ohne Spaß, ich Flashrann habe kein Mana mehr. Das müsste schon so oft passieren in der Mitte. Ah, das hätte keine Summoners mehr. Also Luxus ist der 3. Oh, das war so einfach, einfach so ein First Blood. Ich verschenke es. Und drücke, und ich sehe das Binding auf mich zufliegen und drücke einfach zu Cleanse. Macht ja nichts draus. Ich habe heute einen ARAM gespielt mit, ähm, Tostana. Und im Gegner-Team hatten wir einen Xerath. Und ich habe zwei seiner Schüsse abgewartet, bin dann mit dem W weggesprungen und bin natürlich genau da reingesprungen, wo er seinen Clip hin gefeuert hat. Nice. Aber das könnte eigentlich eine richtige Zeitlupe, weißt du? Ja, wir können die Tostana ein bisschen zonen, weil die Anni jetzt weg ist. Ah, siehste? Da kriegt sie schon kleine Eier. Geht. Somit ist Wiss. Dieses Kopfkino. Sind die Hoden ganz kurz in den Bauch zurückgewandert, als sie dich gesehen hat? Ich glaube, der, ähm... Oh, da liegt die Anniers Mitte. Es wundert mich, dass der Niklas nichts sagt. Aber er hat schon wieder vergessen, dass er Pushten hat. Ja, ich habe Pushten. Ja. Keine Sorge, ich erinnere dich ab. Ähm, wenn du ein Stack hast, dann nehmen wir dir immer das große Minion. Das gibt am meisten Kohle. Ja. Ich will es. Achso. Ich habe gerade dran gedacht, aber... NP, NP. Ach, die Geln. Ja, ich habe noch Mist. Was? Du farmst jetzt die Dianne hier nämlich. Ist die so? Oh, wow. Adol ist das Packing vielleicht. Warte, die sollten jetzt liegen. Warte, auch nicht. Lux hat scheinbar den Connect. Es sind so jetzt Ignite. Oder, sie hungelt jetzt. Sie haben Lanes getauscht. Ich bin da raus. Fuck that. Ich töte mich mit dem Auto-Attack. Egal, gut gemacht trotzdem. Und dem... Botlane... Ah, die Tristan hat aber noch alles Summoners. Sie hat Heal nicht benutzt. Ich weiß auch nicht. Top. Top SS, ne? Ja, gewartet. Ich lass jetzt mal mit reinpushen. Die hat keine Summoners. Aber war nice gespielt gerade, Botlane. Richtig gut. Ja. Ich sag mal, wir hätten die Annie vielleicht sogar gekriegt, wenn ich ein bisschen eher reagiert hätte. Ja, ne, war okay. Alles tut die Banane, wie mein Professor immer sagt. Professor Voldemort? Ja, er heißt er. Mitte Mist? Die kriegt wahrscheinlich Glover. Oder? Ne. War nicht da. Das war Schlansky. So, hier. Komm mal hier, bitte. Du kannst... Du kannst eigentlich... Als Leona kannst du einfach in die Mitte reinlaufen. Die Lux, sie ist eigentlich ein Freakill. Ich bin auf der Botlane Maroon gehen. Eigentlich ziemlich okay. Äh, Botlane Misty übrigens. Ja. Wahrscheinlich kein Baron. Eeeh... Leona Inc. Ja, die hat ein Board hier. Ja. Entweder hier oder irgendwo im Jungle. Die hat den Braten gerochen. Dann... Dann kommt man vielleicht mal hier suchen. Ich hab jetzt Ulti ausgesetzt auch Ulti. Äh, Trasana kommt zu euch hoch. Wollen wir uns? Oh, ganz auf die Trasana gehen. Geh drauf, geh drauf. Ah, sie springt rüber. Ah, okay. Alles klar. Anni und Dingens... Im... Im... WTF? Äh, die machen da nix, oder? Habt ihr den Drag? Ich musste flashen. Np, Np. Okay. Ne, ich hab leider keinen Mord mehr übrig. Wollen wir drauf gehen nochste? Let's go. Äh, ich muss ja leider raus, sonst... Kannst Botmar tp'n, wenn du noch tp hast. Guck mal. Anni, 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 Anni. Okay, die Riven hat jetzt useless ihre Ulti verballert. Hä? Habt ihr's gesehen? Nein. Nimmst ihr den Dicken, äh, mit dem Stack. Die Anni hat mich auch auf mich drauf geflasht, weil sie noch Dinge machen wollte. In dem Moment bin ich da vorne gechargt. Und hab einfach was unterbrücken. Kein Big Nights und glaub ich kein Flash. Als ob, ich hab doch Q gedrückt. Ab da. Oh, wieso läufst du nicht dahin? Oh. Niklas, warum drückst du nicht Q? Wir können, wir können unten die Trasana töten. Willst du mich verarschen? Obwohl, ne, das ist zu voll mit dem Leben. Ja, und vor allen Dingen zu... Show mediat. Komm für Bluboff. Oh, man kann sich auf Pilze tp'n? Wie krass ist das denn? Ich geh drauf, geh drauf. Kragas, komm. Nein, nein, sie rennt nicht in die Pläne. BAM! BAM! Du Pro, Alter. Freut der sich. Oh nein. Ah, nein, es gefällt. Ist okay. Jetzt lass mich mal den Flam, bitte. Ja. Ich geh schon mal Bluboff. Danke. Die Geräusche waren ganz sehr schön. Oh, fuck mit Timo. BAM! BAM! Wie viel Leben hat der? Ah, ich komm sofort. Kurz reinpushen. Botlane ist gleich Level 6. Was? Drang, warded. Top ist ab jetzt dauerhaft warded, Damon. Ja, also... Oh mein Gott. Von meiner Seite aus. Ohhhh. Sorry. Wir können die nicht fighten, wenn die Level 6 sind. Weil ich finde die Level 6. Ohhhh, der auch vielleicht doch. Ich hab leider keine Thumbs. Okay, Mann. Sehr gut. Nice. Können die Diven? Ne. Top ist noch... Top ist wieder da. Nice. Diana ist... Bitte, Botto. Die Ridge können wir sie auch töten eigentlich. Wieso wussten sie das? Hier ist kein Ort. Ich hab Ulti. Ja, dann... Ult, Ult, Ult. Ist sie einfach prediktet? Nice. Oh Gott. Schönes Ding. Da seh ich grad ne Supporter-Karriere starten. Ich merke grad, dass du ne Hure bist. Du nennst mich ja auch immer Gott. Und ich dachte, du meinst das ernst. Das sag ich glaub ich zu. Aber du, Daniel, bist auch echt nicht. Okay. Läuft nicht so. Es gibt ja auch in manchen Mythologien mehr als Enggott. Die kriegst du nur noch. Nee, die kriegst ja klar. Aber die hat noch keinen Blue-Buff. Ich geh mal zurück. Ich geh mal zurück. Ja, ich bin auch... Le Klaue. Le Klaue. Le Klaue. Le Klaue. Ne Blue-Buff. Nice. Also Bot-Lane braucht ihr nicht ganken. Wir können Top-Lane und Mid-Lane so'n bisschen Stress machen. Okay. Wir haben mal Trinket getauscht. Äh... Es kann sein, dass sie Drag machen. Aber ich kann leider nicht helfen. Ich bin fast tot. Ne. Dann müssen wir den ersten abgeben. Ich werde mal ein Wort reinstellen. Aber ich denke mal, da ist er schon weg. Ja. Ne, die machen den Drag an. Die kommen in die Mitte. Das wird dann nötig von mir. Ne, das ist ein Robot. Mann, Damon. Ne, du wärst uns verreckt. Du musst dich ab und zu mal bewegen. Ne. Hit and run. Nicht nur so vor ihr stehen und warten. Halt den Rad. Klaas. Meiner nur. Ach shit. Ich dachte, die will noch wegkommen. Ah. Völlig okay. Vor sie nachher wegflaschen. Ulti-Waste. Fuuuck. Das war... Unerwartet. Ungeworded, ja. Hier ist, ähm... Ward. Okay. Ich will gucken, dass ich ihn wegmachen kann, sobald mein Kling ist oben. Wir können eigentlich direkt die Strike machen. Lass uns die Strike machen. Wir können das locker machen. Wenn Daniel in der Mitte rein pusht uns. Ja. Oh, hier ist Ward. Hier ist irgendein Jungler. Ich tanke. Warte. Boah, scheiße. Wir haben das Mitte. Okay. Wir brauchen auf jeden Fall unseren Jungler. Lass uns mal mitgehen. Ja, der Drake ist Freezo. Wenn die Diana ankommt. Da. Das ist das top. Oh, da muss ich leider. Ah, ich hab überwollt. Oh! Oh nein! Nein! Ich hab SS-T-Buff. Dieser Hass. Hier ist ne Ripp. Ich hab SS-T-Buff. Ist so. Ja, das ist gut. Zum Glück hat Kyret Markus das. Beziehungsweise sein Supporter. Hm. Mh. Okay, Rippen hat den Red Buff nicht. Ich vermute mal auf Leona rippen sich die Speedboots, oder? Ja. Ja, Leona. Ja. 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 Eigentlich müsste ich top gehen, weil die Riven dort nicht zu stark werden. Ja. 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 Die Welt! Äh, Sunna? Geht weg, geht weg! Und, äh, Lux kommt! Haha! Topka Noles! Ich hab leider nicht getroffen. Pass mal unten noch, die sind noch nicht weg. Mach mal hier die Stacks weg, mach mal die Stacks weg hier. Nur noch die Minis, die hier verzohrt sind. Okay, danke. Äh, Dianna ist in der Mitte. Haupt ist gut, ja gut. Ich will die Flasche trotze. Kriegst du die noch? Dianna ist hier, ne? Ah, sie hat Blue-Buff. Oh, mein Blue-Buff ist auch da. Ja. Ja, Blue-Buff. Ich will die in 10. Ich will die in 10. Lux kommt hier. Ah, Lux kommt. Oh. Na, Lux kommt hier. Aber ich kann euch nicht helfen. Ja, ich will die in 10. Ich will die in 10. Ja, ich will die in 10. 5 mal gut job gesagt und keine antwort bekommen habe vergessen die taste zu drücken also gut es ist nicht schlimm sind wir vielleicht ist mega dumm von ihr gewesen für ein kill der nicht mann wert war ja sie ist halt riekel ich jetzt luden das ich würde es luden ja gelesen Oh ja, egal, bleib an hier dran. Oh ne, geht doch nicht. Oh, alter Yanni. Davon Schaden. Von Mitte. Greedy Daniel. Nein, ich bin so behindert, ohne Spaß. Ich habe mir gecleanzt, weil ich dachte, ich habe Ignite. Das ist Riven-Torven von Mitte. Schauen wir auch mal in die Mitte. Wir müssen jetzt auf jeden Fall coolen und keine Single-Sachen mehr. Lux ist ein bisschen gefühlt jetzt aber sonst. Ja, riven wir auf. Kannst du ulten? Ult einfach mal da hin. Das ist mega kacke. Ulzi, ulzi. Oh, lol. Ja, ich will. Oh, wow. Biedelt. Mit Tower einreißen. Gut Job. Gut Job. Ulti gefailt. Ah, passiert. Ulti in 20. Oh. Oh, so knapp. Ulti in 5. Hohoho. I will protect you. Dann hast du Bot. Das war schnell. Ich will auch gar keinen Farben, ja. Na gut, weil Christoph nicht. Okay. Na gut. Keine Ahnung. Äh, Diana. Ich gebot. Oh, nein. Oh. 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 Oh, der Blind. Geil. Rake ist ab. Hat dir mein Blind eben gerade deinen Arsch gerettet? Ja. Sie ist auf mich drauf. Oh, ich find doch sowas gut. Mit dem Auto-Attack hat er mich definitiv getötet. Alter, Panas weg. Wir können Drake nehmen. Die sind alle gerade tot und wir haben Position. Fangt schon mal an den Drake. Äh, ich geh auf Lockett. Das war eine gute Wahl. Ich komm jetzt auch zum Drake. Ich bin schlechter Support. Ich hab noch nicht einen einzigen Pink-Bot bestellt in dem Spiel. Äh, Trasana kommt jetzt zu uns. Ich bin unterwegs. Ulti in 10. Schmeiten halt nur richtig, ne. Guck wieviel Schaden hat Schmeiten. Oh fuck. Wir sind alle hier. Das hab ich nicht ausgmeint. Ulti sie weg, Diana. Sehr gut. Sehr gut. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Okay. Nice. Ich mach trotzdem jetzt was. Das bekommen wir noch. Ich will gar keinen Farben. Ach Daniel. Wolltest du einen Farben haben? Nein. Nein. Komm, Diana mit. Hopp. Baaam. Voll auf die Fresse bekommen. Ich push bitte. Haltet dich nur auf. Schärf dich. Komm mal entgegen. Komm mal zum Gegnern Tower. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Da war der CC zu schauen. Aber ich sehe gerade nicht. Ich hab genügend Worts gestellt, um das wieder wegzumachen. Oh diese Bitches, Alter. Haben sie auch noch. Kannst du mitzedeffen? Keiner kann mitzutesten. Oh wohl. Nein, du hast es auch. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Nein, nein. Das war. Ja. Mord. Oh look, kommt. Ja, kein Fleisch. Oh shit. Holy shit. LOL. Mein Blue Ruff. Ich raste aus. Äh, mein Red Ruff. Okay. Äh, links geflasht. Oh, cool. Für Tower. Oh, das ist nicht dauer. Hier, mach es. Du darfst den nächsten noch nehmen, oder? Wenn die da unten fighten. Klar. Achtung, die kommen hoch zu euch. Ja, wir brauchen Hilfe hier. Kommt, kommt einfach her. Näh, näh, pass, pass, pass. Wir kriegen den. Haltet die nur auf, fightet gegen sie mal. Seona. Greif sie mal an. Bist du bescheuert? Die wollen das nicht. Also gar, stirb fürs Team. Oh Gott. Da ist es mal gar noch. Oh fuck, das stirbt ist... NEIN! Stirb! 500 Leute! Das sahen wir Splitpushen. Nein, man muss botten fressen. Oder wir pushen jetzt irgendwas. Ja, mäßig. Oh man. Ein rot Verstärkungszauber. Oh, was soll sie denn eigentlich hin? Passt du das, ne? Wenn du im ADC die ganze Zeit zubelst du kannst. Geil, das bleibt. Ich caule das World. Juhu! Oh shit. Lass die Schwums für dich arbeiten, Daniel. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Oh shit. Hatte ich nicht mehr. Ich wollte diesen Schuh endlich benutzen. Ah, nice to seein' ihn. Ah. die doch meine mutter mein gott die ganze zeit in dem scheiß bursch und wusste nicht was ich tun sollte noch 15 sekunden wenn bloß noch dort aber jetzt die wölfe ok vielleicht kann man barren forcen wenn ich das board reingepusht habe haben wir man hat jemanden dragon timer ja 145 wo bist du gewesen ja dann lass uns machen weil bot pusht rein mitte pusht rein go 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 sind gerade da ist sicher dass wir das machen wollen mit dem weniger wenn wir wenn jetzt jemand bot geht von denen zu treffen dann können anfangen jeden fall ein paar pilze werden so schön hast du gesehen wir haben aber kein tank der das denkt hier ich habe auch gebraucht das denkt entweder wir kriegen jetzt mega wenigstens aufs maul oder wenn wir den fertig haben geben auf jeden fall direkt raus ich hoffe sie raffen es nicht mehr weil sie kacke sind ich komme weg jetzt wird sie nicht den barren wegwerfen lasst uns alle top gehen alle top gehen einfach hallo dann hat frühstück gefunden war lecker aber nur ein happen ja top ein drücken würde ich sagen top 10 tower benehmen ich kurz ich kurz die trotz seiner weg und hier blickt hier bzw drückt ob ich von alleine ab problem ist arbeiten Weg, 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 weg! Oh nein. Zango, da... Was denn? Ich glänze wunderschön und da kommt einfach so... Okay, wir sollten nicht sterben, wenn wir Barrow-Waff haben. Und Drake ist ab. Oh, das ist gar nicht gut. Kannst du was rüber holen? Zu Absicht. Ja, wenn wir Glück haben, kriegen wir den Drake. Wenn nicht, dann nicht. Der würde ihn schnell machen. Die haben kein Jungler, Markus. Und Luxus musste gerade weg. Oh, da ist die schon wieder. Ich liebe den Schwarzen einfach. Lass Bot gehen, scheiße. Irgendwas mit dem Barrow-Buff jetzt noch machen. Ich mach den Mitte. Das ist top. Und schatze kurz die Ani. Oh! Ich hab echt nicht gesehen, gerade. Ich hab nicht meinen eh verkackt. Das geht fest. Oh fuck. Pusche Mitte nicht rein, weil da ist nix mehr. Du hast doch TP, oder nicht? Mit Demo. Warum bist du nicht top lane? Nein. Wir können mega zitschen. Wir müssen gleich Mitte defen. Oh, sie rafft nicht, dass ich sie hier im Jungle gefunden habe. Nein! Nein! Da hab ich gerade getötet. Oh Leute. Oh, was tun wir hier gerade? Warum? Nein, falsche Richtung. Oh, Tilburg, komm! Weg, 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 weg. Hey, die Hydra. Oh, ich hätte einfach wegkicken sollen. Die Ribbon ist echt zu dick. Unglaublich. Egal, einen Tower kriegen wir dafür. Wir hätten es das viel besser machen können, aber egal. Ihr Team hat ein Turret. Ich verstehe gar nicht, warum ihr so stresst. Der ist doch gewonnen. Nein! Das ist mega gewonnen. Mehr Kills und weniger Tode haben. Nein! Mehr! Boah, ich schwöre dann. Als Ausgleich für den Farm, den du gestohlen hast. Nichts! Der Farm geschenkt sogar. Aus Nettigkeit. Ja, wir können Mitte jetzt pushen. Ja, ich pushe deshalb top lane. Sanna kriegt langsam ihre Items. Diana auch. Jan, Rap ist ab. Was ist wieder da? Steelen. Ich push top lane. Diesen Mitte, diesen Mitte. Da, die eine ist wieder bot. Äh, die Trisana. Ich bin in der Mitte. Ich kann die mega fighten. Ja, fight it is. Ich push grad top lane. Ohhhh. Drei mal Ulti! Nice! Nice. Shit. Der Temo. Wird fast getötet von dem, von dem Ani-Bot. Okay, Bot. Ja, einer muss deffen unten. Wir können Mitte nehmen. Wenn wir's noch top? Ja, dann lass Mitte nehmen. Wir können aber gerade recallen. Nick, das heißt, wir müssen schnell töten. Ne, Rhythm ist weg. Okay, dann Tür kommt jetzt in die Mitte und uns... Ne, Rhythm ist noch einmal hier oben. Das ist Thanos, auch weg. Und weg, weg, weg. Hier. Nice. Alles mal top, top gehen. Top, top, top. Oh, oh, mir jetzt. Kein Manner mehr. Die töten mich jetzt. Das ist das. Warte, Möch. Ah, darf ich, wir haben mich vorbei. Die Möchens töten mich. Vielleicht am Lux rüber. Ja, ich weiß noch noch. Äh, geil. Was? Das ist ja was auch geglänzt, WTF. Wollen wir mich verarschen oder was? Wollen wir hier ficken mit dem Ficker? Ja. Ah, ich bin mal weg. Oder wollen wir oben einen drücken? Ah, ich weiß nicht. Ich bin hier dahinter. Los, go, go. Go, 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 go. Nice. Holy shit. Boah. Da hat Christina Diana getötet. Das war mal nice. Ja, drei, vier Leute noch tot. Obwohl, jetzt sind drei Leute wieder da. Also wir rauskriegen rauskriegen. Oh. Ich hatte Exhaust auf, äh, auf Riven. Aber es hat scheinbar mir geholfen. Was? Ja, was? Auto-Attack. Bieter. Bieter. Da ist er ganz läppsch. Nein. Scheine. Du hast es schon wieder getan. Du hast es schon wieder getan. Du hast es schon wieder getan. Was heißt dir schon wieder? Keine Ahnung, letztens hast du es auch schon getan. Hat er dich mit der Ulti getötet? Ja. Das fühlt sich nicht gut an. Leider. Wenn er eigentlich auch verbündet, dass ich gegen dich wende. Leider. Und die Minions, Alter. Ah, endlich. Gleich zum Bluboff, da. Ey, Minute 30 und ich hab immer noch keinen einzigen Pinkboard irgendwo hingebaut. Ich fühl mich so... ...schlecht. Nutzlos, ja, das kenn ich. Ich hasse diesen Bluboff, ne? Ohne Spaß. Unser Bluboff ist ja auch noch. Ja, hab ich mit... Genau. Boah, Anja hat Ludens Echo. Lecker, Alter. Aber die Riven ist ziemlich big, so. Sie one-shottet mich auf jeden Fall. Ich muss noch ein bisschen aufpassen. Soll ich dich auch machen? Wow! Pass auf, Ludens Echo. Ohne Spaß. Das ist halt wirklich mal ne Runde. Oh, oh. Nein. Ich bin so behindert. Ohne Spaß. Das ist halt wirklich mal ne Runde. Ach, guck mal, sie macht den Bluboff. Was? Wieso geh ich da rein? Wieso stehen da so viele? Ach Gott. Hit and run. Chemo hilft dir. Ja, nein. Blindet doch nicht die Dianer. Du musst die da blinden. Oh, Demo. Ja, jetzt, Markus. Du, 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 du! Pats! 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 Oh! Ja, Vorsicht! Schnappst du dir! Blinde sie! Bleinde sie! Bleinde sie! Ja, renn dir nach. Sie sagt nicht wie groß. Absolute... Massaker. Nachher ist jetzt vielleicht nicht unbedingt die beste Idee. Na, eher dafür... Oh Gott! So, was? Nooo! Ja, hier, nimm doch ihn! Der ist doch for free. Die anderen sind doch jetzt wieder im Leben. Und du bist eh tot, weil jetzt Dianer mit Homeguards... Nee, doch nicht. Homeguards? Ach, das ist mir sehr gut. Drake ist ab. Daniel, der Drache ist hoch. Ja, komm mal gleich. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa Du bist tot. Du bist einfach nur tot. Hier auf Formel 1, Leona. Ja, Jean. Du bist ein blöder Nut, ne? Du bist nur am Throne. Hm. Wer ich? Wer du? Ich bin es schon selber sagt, dann muss ich mich nicht widersprechen. Was was? Bitte nochmal. Put the drag, ne? Nööööööööööööööö. Ich muss ja nur einmal im Teamfight dabei sein und Taun treffen, die ist einfach sofort tot. Ich brauche Hilfe, weil die Riven gleich hier unten irgendwo. Ich komm sie jetzt. Oh, da oben. Oh, die ist so lecker. Komm es, komm es, komm es. Ohhhh! Das ist nice. Ich will leben, ich will leben! Keine Sorgen, wir sind auf dem Weg. Hier ist Tatiana. Hütte sie! Hütte sie alle! Oh man, ich opfere mein Leben gern für die größere Sache. Barron noch? Oh, Barron ist wieder ab. Ich geh nur mal schnell einkaufen. Ja, wenn ich auch finischen. Naja, finischen nicht, aber wir können vielleicht zwei Inips nehmen und dann Barron. Und Helll vielleicht essen. Ich weiß nicht wie ihr das seht, aber zählen Tode als Support ist ganz schön viel, oder? Keine Ahnung. Das geht. Du bist ja unter Tank. Oh, oder du? Du hast aber auch rein zu lassen. Rivenero. Oh, du bist tot! Bist du tot? Und da kommt das Q. Na ja. Haben wir nen Tank für Barron Neva? Doch. Was denn das Bachen machen? Ach, ich versuche es. Guck top. Daniel, du sollst nicht hier. Das hat ihn verwirrt. TPS! Nein, 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 nein. Ich brauch das. Ich hab jetzt DFG, äh, Mercury's. Wollen wir Bot pushen? Ja. Keine Sorge, ich bin schon so gut wie beim Barron. Ich helf euch. Das ist lieb von dir. Teamwork und so. Ich kann auch teleporten, wenn ihr wollt. Ich bin Full Build. Äh, weiß einer, was sich jetzt nur lohnt zu holen? L-l-l-l-l-l. Lass mal mit... L-l-l-l. Lass mal mit den groupen. Uhhh, Daniel! Dich! Oh, Timo! Timo, was ist denn los bei dir? Ich hab mich für dich geopfert. Nein. Das ist ein Deja Vu irgendwie. Wird ein gut treffen, ne? Mit der R. Ich kann hier... Nie wieder, Timo. Nie wieder. Mit dem sterb ich nur. Timo! Dafür ist... Die Darm! Hahaha! Wie geht das? Ja, hier fehlt ein Maschschuh. Oh, ich hab top. MP, MP. Oh! Wo ist das Team von denen? Gerade gerecalled. Oder irgendwo eine Riven oder so? Lass mich mal das Decks abbauen. Ja. Oh, top ist Tristana. Habt ihr das gesehen? Oh! Das war so unfassbar beautiful. Ich bin schon so gut gekommen. Keine Sorge, ich helfe euch. Uhhh! Loll! 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 Ich hab gerade perfekt QSS die Annet getippert und wirklich, ich war nicht eine Millisekunde gestunt. Hast du Sweepern hier? Ja, ist noch mit dem Mühe. Wir sind top und so. Lass uns gehen. Wir können auch gerne auf mich warten, wenn ihr möchtet. Okay, ich komme jetzt von hinten für die... Ah, Lux! Weißt du, was voll der gute Name wäre für einen Schurken? Ein WoW? Von hinten? Ja! Ja! Äh, Markus. Haben wir. Das kennen wir doch. Das war auch ein voll guter Name für einen Schurken. Wäre für einen Zwerg-Schurken. Gift-Zwerg. Tatsächlich. Aber nicht schlecht. Daniel, nimmst mich Homeguards mit. Ja, spring doch drauf, Alter. Ja, spring. Ausreize. Ich hab eben gesehen, ich hab heute irgendwie ein Reittieren gelegt. Ja, mega gut. Mega gut. Die wissen schon, wie die Leute in die Spiele reinholen. Ja. Du hast noch kurz drüber nachgedacht, ne? Kurz Account-Rechte gehen, um zu gucken, wie es aussieht. Ja, genau. Für den Monat aktiviert und dann... Die Rimm, Alter. Ich glaube, ich muss mir so ein bisschen Sonnenpanzer kaufen. Ja, kann nicht schaden, auf jeden Fall. Daniel, wir machen das jetzt. Wir sind Last Man Standing mal zu. Ich brauche einen Wart. Sonst sehe ich ihn nischt. So, Lux ist da. Gönnen wir uns. Komm, wir gönnen die uns. Die Minions machen es schon. Da brauchen wir ja gar nicht viel machen. Ich muss eigentlich nur mein Ulti von hinten mal drauf feuern, so. Lol. Ups, wo ist sie denn hin? Er snackt sie. Er snackt sie. Er snackt sie einfach. Dass ich öfter mal gestorben bin, das wohnt mich echt. Victory! Ich glaube, ich bin jetzt weg. Ich gehe feiern. Bist du behindert? Nein. Behinderte dürfen nicht feiern. Äh... Lass mal morgen Ranked spielen. Ich so, okay. Und ich sitze hier seit 6 und warte auf dich. Und jetzt so, ne, ich gehe feiern. Ja, ich habe Bock zu feiern. Ich wollte gerade von Jana eingeladen. Weißt du, wie ich das nenne? Undankbar. Das tust, ne? Das tut mir wirklich weh. Okay. Es tut mir leid, man. Wann habe ich die Chance zu feiern zu gehen, man? Weiß ich doch nicht. Egal. Verpiss dich, Alter. Wir haben gleich den Slifer. So, eh bessere Temo als du. Ja, okay, man. Bis dann. So, Level 3.